Peter, Peter, ich glaube Basel ist in Schwierigkeiten. Aber Heidi, warum denn bloß? Schau Peter, da braut sich was zusammen und da hinten ist doch München. Stimmt Heidi, vielleicht ist der Fußballgott doch ein Bayer. Peter, Peter, wir haben das iPad mit Sky Go vergessen. Schnell zu Großvaters Hütte, das Spiel gibt's nur auf Sky. Lauf jetzt oder nie. Dunner Wetter, das wird aber doch mal spannend. Bayern gegen Basel, Dienstag ab 20 Uhr live und exklusiv auf Sky. Nimm die Ziegen mit.